Guten Tag, mein Name ist Ken Blocker, ich bin Geschäftsführer des Unternehmensverbandes Untererbe-Westküste. Unsere aktuelle Umfrage hat ergeben, dass die Mehrheit der Mitgliedsunternehmen den Regierungen in Kiel und in Berlin ein gutes Krisenmanagement bescheinigen. Und unsere Bündelung jetzt als Verband von branchenübergreifenden Interessen liefert natürlich jetzt gerade in der Politik einen wichtigen Kompass bei der Abwägung zwischen richtigen und falschen Weggabelungen. Und die Bundesregierung zeigt bislang Entschlossenheit und Handlungsfähigkeit, das begrüßen wir. Die Landesregierung und ihre angeschlossenen Institutionen, auch wie die Investitionsbank, zeigen sich in der Krise gesprächsbereit, das merken wir. Wir freuen uns, dass zahlreiche unserer Anregungen von der Politik umgesetzt wurden, aber es bleibt noch viel, viel zu korrigieren. Kaum Investitionen ins Bildungswesen, Überbrückungshilfen und Investitionsanreise sind unzureichend. Wir brauchen stärkere Hilfe der Soloselbstständigen. Die Umsatzverluste aus der ersten Jahreshälfte werden zurzeit als Messgrößen herangezogen. Das halten wir für nicht richtig. Auch wenn nicht alles bislang praxisnah erfolgte, so ist doch aus Sicht der Unternehmer im Grundsatz jedenfalls vieles richtig gemacht worden. Wenn ihr über die wirtschaftlichen Entwicklungen bei uns an der Westküste auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt und abonniert uns.